Meine Liebe Lies, ich denk an dich die ganze Zeit. Elisabeth bringt dir jeden Mittag und Abend was zu essen. Wir wechseln uns so gut wie möglich ab. Dein Sohn hat mich mehrfach angerufen. Er will, dass du zu Neurologen gehst. Bist du zur Zeit irgendwie desorientiert? Also bitte, er sollte sich untersuchen lassen. Hast du wenigstens Blutdruck gemessen? Mein Blutdruck geht runter, wenn man ihn in Ruhe lässt. Ach ja, ich habe gerade die Hauptrolle in einem zeitgenössischen Tanztheater-Steck. Ah ja, die Proben finden jeden Tag statt. Genau, jeden Tag von 11 bis 18 Uhr, manchmal auch am Wochenende. Ach was, doch so oft. Tja. Monsange, Mann. Ah, so, Sonja. Das ist aber doch nicht tanzen, was ihr da macht, oder? Ich bin mir sicher, dass sie das schaffen. Der ist wirklich einzigartig, der Mann. Einzigartig ist nicht zwingend eine Qualität. Sehr, sehr gut. Papa, nimmst du bitte ab? Was denn noch? Sehr gut. Macht in Dauerschleife weiter. Also, das ziehe ich bestimmt nicht an. Ich habe auch meine Grenzen. Was denn noch? Hör jetzt auf damit und lass mich in Ruhe. Germain, ich möchte, dass du die Aufwärmübung nur mit Samir zusammen machst. Zwei. Opa? Ich wusste nicht, dass du kommen wolltest. Wenn ich tanze ließ, spüre ich deine Präsenz. Dein Lächeln fehlt mir. Ich liebe dich. Für immer. Ich liebe dich.